Einst waren die Menschenwelt und die Dämonenwelt miteinander verbunden. Menschen, die sich in die Dämonenwelt verirrten, fielen dort den Yokai zum Opfer. Achtung! Yusuke Urameshi. Das Loch wächst mit großer Geschwindigkeit. Es wird eindeutig von Menschenhand verursacht. Ich erteile dir nun deinen ersten Auftrag als Geisterdetektiv. Und das im Austausch für dein Leben. Was sagst du? König Koenma hat einen Lehrmeister für dich ausfindig gemacht. Greif mich an. Du musst es mit dem Körper füllen. Bist du ein Uni? Werde noch stärker, Yusuke. Beschütze all jene Menschen, die dir im Herzen liegen. Ich schätze, du bist hier. Corona. Du gehörst zur Geisterwelt? Das Ganze schreit für mich nach einer akribisch geplanten Falle. Yokai sind Wesen, die mir nichts, dir nichts, ganze Städte zerstören. Soll mir recht sein. Ich hoffe, sie amüsieren sich bei uns. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ich erledige das. Dann wollen wir uns mal aufwärmen. Ich habe das Überleben der Menschheit in eure Hände gelegt. Das ist es, was pure Stärke bedeutet. Ich bin in keiner Hinsicht wie du. Was du hast, ist keine wahre Stärke. An diesem Punkt hast du so etwas wie Kameraden nicht mehr nötig. Yusuke. Reichen! Ich bin in der Tagesordnung. Untertitelung des ZDF, 2020